Moin! Na? Nachdem wir jetzt in den letzten 1, 2, 3 Tagen glaube ich 8 Corona Tests gemacht haben geht es leider wieder weiter. Der heutige Vlog handelt ganz darum wie Trimax und ich und nicht Romatra und Chef Trobel, die zufälligerweise auch dabei sind, die werden nicht derbeendet im Titel, wundert euch gar nicht drüber erst. Gemeinsam einen Supermarkt eröffnet. Das klingt erstmal ziemlich weird. Wir haben heute Abend einen Stream der gemeinsam mit einer großen Supermarktkette, die ich hier nicht benennen werde die ihr wahrscheinlich im Laufe des Videos noch sehen werdet. Nehme ich das ganze Event ein bisschen mit, wir haben Minigames wird ziemlich cool und da der Vlog vom Ey, erstmal Big Thank You oder der Vlog vom AMA Event so krank angekommen ist, dachte ich mir jetzt schiebe ich heute noch mal einen rein und hinterher. Morgen gehts dann direkt weiter zum Event vom AMA, also diese Woche 3 Events quasi plus. Gestern eine Menge Business Videos in Berlin, sehr interessant gewesen alles. Gehts jetzt nach Wuppertal für uns und da schauen wir mal was jetzt da so abgeht. Ich denke mal gleich wird erstmal schön ein kleiner A**bohrer, wahrscheinlich ein A**bohrer oder? Nasenbohrer kommen, wir kriegen nämlich nochmal nochmal Corona Test und haben die letzten Tage extrem viel geschlafen glücklicherweise und waren extrem früh in meinem Bett und haben nicht die ganze Nacht über gearbeitet an diversen Projekten, das ist alles super gewesen. Leute, nachdem wir jetzt den 32. Corona Test, den wir nach 5 Tagen hatten und in den Club reingekommen sind, wir sind komplett alleine in dem besagten Supermarkt nur, dass hier überall Kameras stehen. Das ist so weird, wenn man... Das ist wirklich sehr cool. Das ist so seltsam, Bro. Guck mal, du musst dir überlegen, hier ist halt keiner außer wir, ne? Das ist schon big, big weird. Das ist einfach... Also willst du einkaufen gehen, aber... Okay, was geht da vorne ab? Achtung! 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 Aber warum Achtung? Achtung! Sag mal hier, das... Also... Achtung! 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 Jetzt ergibt sich hier folgendes Problem. Wir sind im Raum der Mitarbeiter gefangen. Die Türklinker ist weg. Ah! Guck mal! Ich hätte mal vor, man hätte jetzt einfach keine Hände. Da hat man, glaube ich, generell kein Problem bei Türen, aber das wäre hier noch schwerer. So! Jetzt gehen wir mal rein in die Maske, dann schauen wir mal, was hier passiert. Bist du hier? Na? Du hast ein Interview vom Arschlad, Robels. Den stell eine Frage an. Warum bist du heute hier? Weil ich für Kaufland moderiere. Kleine Pizza, isst du den mit oder ohne Gummimärchen? Ohne. Okay, alles klar. Warum ist Romato noch nicht hier? Der ist doch später da. Alles klar, danke, Jan. Kannst du einmal noch schnell nach oben gucken? Ja. Kannst du einmal kurz die Kamera schauen, Max? Nee. Okay. Ich muss gerade nach oben gucken. Alles klar. Jetzt kannst du die Kamera gucken. Schauen wir mal die Kamera? Ja. Okay, bist du ja hübsch geworden? Okay. Wann bist du das letzte Mal geschminkt worden? Weiß nicht, von einer Woche. Okay. Und findest du dich mit Make-up attraktiver oder ohne? Ja, ich mag es nicht so. Warum? Bist du mehr natürlich? Guck mal, das haben sie nämlich hier richtig gemacht. Nicht wie bei Amar. Hier gibt es nämlich Mini-Blash-Kuchen. Das würde nämlich bei Amar zum Beispiel nicht gegeben sein. Sollen wir einen Freitag-Vlog machen? Guck mal in die Gemüsepfanne. Ah, guck mal. Das ist auch lecker. Warum? Oh, wohin damit? Was mach ich jetzt? Schnell. Wie peinlich alles. Wir werden gleich rausgeworfen. Ja. Au, 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 au. So. Guck mal, Amar. Das sind 40.000 Euro an Karten. Ja. Das verdienst du in einem halben Monat. Können wir das mal rausholen? Ja, kannst du. Ach, das Gym-Challenge, ne? Crazy. Krass, 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 krass. Ey, Jungs, danke euch, ne? Gerne, gerne. Viel Spaß damit, ne? Wenn ich in Arkani Holo ziehen würde, wäre das natürlich sehr, sehr geil. 7.500. Das Alka-Sam, das Alka-Sam ist krasser als das Lurac. Seltener. Okay. Also es hat ja so eine helle Folie, ne? 10k dafür kann das sein. Okay, also wir haben hier die komplette Preise quasi. Das ist einmal, wie gesagt, Gym-Challenge-Box. Und das Ding ist, jedes Minispiel, was ich gegen Max gewinne, kriege ich einen Booster-Back. Und einen Booster-Back sind 800 Euro, circa, oder so, um den Drehen, ne? Genau. Ja. Oder kann da natürlich dann Big Prophet drin sein, oder halt einfach nur einen Sch***haufen, so wie ich es sonst immer gehabt habe. Guck mal hier. Was ist das? Ist das 3D gedruckt? Das ist 3D gedruckt, ja. Wie findest du die? Das ist die Musketierin aus Clash of Clans oder Clash Royale. Hast du das für ihn gedruckt? Das habe ich für ihn gemacht, ja. Und du denkst, er freut sich darüber? Ich hoffe doch. Bro, die ist nicht mal angemalt. Noch nicht. Soll ich es mal hier oben abbrechen? Nein. Nein. Also ich sag's dir so wie es ist. Max wird das angucken und sagen. Okay. Und das war's. Achtung, Big Pull. Oh! Die hatte ich eben schon. Stark. Ich sag's euch, das ist es. Das ist der Big Pull meines Lebens. Richtig nice. Der Junge sieht wirklich geil aus. Guck mal, was für ein Loser-Koffer Romatra hat. Guck mal. So richtig schön. Richtiger Loser-Koffer. Guck mal, der hat das sogar da dran gelassen. Oh mein Gott. Weil der richtig stolz darauf ist. Kannst du dir vorstellen, wie der in die Bart reinfällt? Ja, ja. Der hat sich richtig gefühlt. Warte. Hallo. Romatra war noch nie in seinem Leben in der Maske. Und das wird ein einziges Erlebnis für dich werden. Wir wollen dich heute als Clown schwingen. Ey, bist du bereit für das Event für morgen? Sehr ehrlich. Für morgen. Ja. Morgen hab ich echt ein bisschen Schiss. Weil das ist ja wie wenn du Augen zumachst und läufst, oder? Das ist ja... Nein, ist es nicht. Weil du hast die Augen auf und du hast eine Brille an, wo der Parcours abkommt. Ja, aber vertraust du dem hundertprozentig. Muss ich ja, Digga. Aber was soll ich denn machen? Wenn ich mir da irgendwas breche, dann zeig ich den Ding an. Was steht jetzt als nächstes an? Wir hatten jetzt die 10... Oh, wir haben den ersten Gast. Den ersten Gast? Wir filmen den ersten Gast. Wollen wir den mal... Wollen wir den mal reinholen? Wie wär's damit? Oh! Du musst ihn in die Mitte setzen. Komm! Nimm Platz, hallo! Hallux! Guten Tag! Bastian, hi! Hast du die Mitte bitte? Dankeschön. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich eingeladen worden bin. Und hast du bis hier zugeguckt? Ja, ihr habt extrem gut gespielt, habt ihr das gemacht. Was könne sich wohl in dem Paket verbergen? In dem Paket? Sag ich mal. Ein Auto oder ein Laubgebläse. Man weiß es nicht. Darf ich auch eins aufmachen? Klar, ich würde sagen, du hast direkt das erste aus. Kann ich jetzt eins von denen einfach aufmachen? Ja. Ich find's nice, wenn du mit dem Geschenk gegen die Couch gefahren bist. So, dann schauen wir mal, was hier drin ist, ne? Man sieht hier schon was. Du kannst ja auch ne Schere nehmen. Du musst das jetzt nicht aufmachen. Alter. Alter. Ne Harley Davidson. Wahnsinn. Ey, jetzt kriegst du das... Tacho. Trafometer. Wie heißt das? Trafometer. Anschließend. Ey. Wie heißt das richtig? Oh! Ey! Ey! Was machst du da? Rewi, ich hab mich in die andere Richtung fahren lassen. Nein, du hast mich reingerammt. Also, was ihr mal in das Spiel, das ist auf jeden Fall keinmal. Du hast mich reingerammt. So, das sieht mir sehr nach einer Traubahn aus. Boah, fünfmal? Das geht für fünfmal wird das von. Wir haben jetzt, ehrlich gesagt, fünf Flischtennisplatten raus. Romato, du darfst jetzt auch nochmal buzzern. Buzzer ein Gewinner. Oh ja, ich will auch buzzern. Du musst aber den Namen richtig vorlesen und den Ort. Du darfst dich nicht verlesen. Nein, da steht der gleich. Nein, du sollst das oben runterdrücken, hier. Einfach reindrücken. Das geht dann an Steven A. aus Karlsbad. Richtig. Sauber, gut gemacht. Das waren die fünf Gewinner. Geil, das ist toll. Guter Gewinn? Geil, das ist toll. Sehr stark. Gut auf und abgebaut in nur zehn Minuten. So Leute. Zehn Uhr gefühlt. Elf, was haben wir? Ganz schön. Nur strax nach Hause. Morgen geht's um zehn Uhr mit dem nächsten Event weiter. Wir sind durch. Ich hoffe, man sieht gerade was. Sie fahren jetzt nach Hause. Ja, ultra nice. Wir fahren jetzt nach Hause, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir nehmen gerne sämtliche Events gerade blockmäßig mit. Kuss für den Support. Und an der Stelle sehen wir uns morgen zu einem weiteren Vlog wieder von Marius Event. Das wird richtig in zehn. Ich küsse euch auch. Tschau. Und zwar noch eineitos- chuung. Schauen die seit dem, was zumal. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Vielen Dank.